Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zur leicht überbeleuchteten Ausgabe von Minecraft Story Mode und ich verstehe diese Saves nicht. Es hat doch letztens definitiv gespeichert, als wir in dem Raum endlich rausgekommen waren oder brauche ich eine Brille. Aber naja, ich spiele das jetzt nochmal durch und wir sehen uns gleich da, wo es weitergeht. Bis gleich. So, da wären wir. Bevor wir allerdings weitermachen, möchte ich nochmal auf den Kommentar von letzter Folge eingehen. Und zwar meinte da jemand von euch namens Luca Geheim, dass der weiße Kürbis jemand mit gelben Augen sein muss, weil der halt unter der Maske immer die gelben Augen hatte. Kann ich aber definitiv sagen, dass das nicht so, weil wenn ihr euch genau die Szene anschaut, wo Jesse Lucas mit dem Kürbis auf den Kopf erwischt, normalerweise hat Lucas, ich glaube, so dunkelgrüne Augen und als er den Kürbis auf hat, hat er auch gelbe Augen. Kürbis wieder ab, hat er wieder grün. Also muss wahrscheinlich auch irgendwie was in der Maske drin sein, vielleicht einfach nur vom Spiel vorgegeben, dass wenn du eine Maske aufhast, weil ja dann die Augenringe dunkel sind, sag ich mal, damit man die Augen auch sieht, dass die automatisch gelb werden. Also, äh, zumal Cassie und auch generell die anderen, die noch, sag ich mal, anwesend sind, es hat keiner von denen gelbe Augen, also können wir das definitiv ausschließen. Aber trotzdem, nicht schlechter Tipp. Ja, du hast einen sehr langen Zeit gehabt. Was ist hier passiert? Hast du überhaupt nichts gefunden? Äh, wir haben das vielleicht nicht gefunden, ich glaube, wir wissen es sogar nicht. Okay. Ich habe die Evidence, ich brauche, dass Lukas ist inno... Oh, wirklich? Ja, du sagst nicht. No sign of Cassie, but... Ah! Are you going to tell them, oder should I just do it? Uh, ich weiß nicht, was du sprachst. Jesse, geh weiter. Ist das zu gehen, wo ich denke, das ist zu gehen? Das weiße Pumpkin ist Cassie Rose. Sie ist der Mörderer. Das ist nicht möglich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, Jesse, ich bin froh, dass du besser machen musst, als das. Schau an die Fakten. Wir haben Lukas mit dem Pumpkin-Head, gleich nachdem die poor Lizzie ausgeteilt wurde. Ich denke, du schiebst, um ihn zu schützen. Ja. Cassie macht jetzt viel Sinn. Hast du auch eine Evidence, um dich aufzuhalten? Ja. Was hat mich jetzt einiges beschäftigt? Was hat in der Great Halle passiert, kurz nach dem Tortdoggen getroffen wurde mit dieser Trappe. Was ist das? Geh' mal, Jesse. Du hast es. Wo ist das? Geh' mal. Shh, let Jesse finish. Cassie Rose was already in the room. No one else there. And Tort Dog's picture was somehow crossed out. That doesn't prove anything. Lucas is still way guiltier looking. Well, what about what came next? When we were down in the basement, we found some very interesting items. Items for the White Pumpkin's evening festivities. And there was one very significant detail. What was this evidence? Shh, I think, Jesse is about to tell everyone. The White Pumpkin had portraits all ready to go. Pre-Xed out, one for each of us. Except for Cassie. Oh, that's good. You're doing great, Jesse. Now go in for the kill. Metaphorically. It was the last piece of evidence, dear friends, that helped me really figure out, who we were dealing with here. Cats. Ach so. Dozen of Calico Cats. And they all look just like Winslow. An amusing story, Jesse. But if you saw all these supposed cats just like mine, then what color is Winslow? It shouldn't be a problem, if you saw a hundred cats? Really? Winslow? He's brown, orange and white. Easy. Wrong. Cassie, is this all true? Missed? Crazy scheme to get a portal key, hasn't it? Killing whoever gets in your way. How very clever, Jesse. Well, I guess that's it, Ben. You caught me. I am the murderer. I just don't believe this. I know. I was shocked, too. I'm relieved, but also surprised. But what did any of us ever do to you? Directly? Nothing. But you idiots had the one thing that I most desperately needed. I've been stuck in this stupid world, with its stupid two moons, for years! Trapped with a portal right under my nose, but no key to open it. That is, until I finally heard that this world's portal key had been found. Okay, das beantwortet auch schon mal meine Frage aus einer der letzten Folgen, wo ich mich gefragt habe, wieso hat Jesse eigentlich noch in, äh, so'n Flint and Steel quasi, wenn das dann hier schon in der Welt, sag' ich mal, gestohlen wurde, weil es in jeder Welt einen gibt. Das wurde wohl schon gesagt, aber, hab' ich nicht ganz mitgehört. Also, ich versuchte mein Bestes, deine Freundschaft zu verdienen. Find's out, wer es hatte. Cassie, wie könntest du? Wir haben Kucke zusammengebracht. Kucke! Haha, das ist ne Begründung. Cassie, it doesn't excuse all the horrible things you've done. Spoken just like a person, who has no idea what it feels like to be stuck somewhere you don't belong. We need to do something with you, Cassie Rose. I vote we build an obsidian prison and surround it with love. No, 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 I won't let you do that. I can't. No, this is your fault. You did this to me. Nee, das hast du dir selber eingebrockt. I'll fight all of you, each and every one of you! I don't know! Was zum... We need to dig her out! After everyone, she's hurt, she can dig herself out. She did terrible things, but no one deserves this. Wait, look! What a way to go. Yeah, I guess in all the chaos, she forgot where her own traps were. After everything she did, she got what she deserved. If only she had just asked us for help, we could have avoided this whole thing. Hey, it's morning. I guess, I guess that's it then. Yeah, we're free. And we're alive! That's not wasted standing around. There could still be traps everywhere in here. Ah, I've never been so happy to smell Rocky's glass. Yeah, that is... Yikes, that is pretty rank. I feel bad thinking about the people who aren't here to smell it. Talk Dog, Sparkles, Lizzie, and Cassie, I guess. Ah, that's a good point. Yeah, I didn't mean to depress anyone. I just can't stop thinking about them. I tried my hardest, but there was nothing I could do. Oh, we all know that, Jesse. It's not your fault. Lucky for us, that portal brought you here. Speaking of which... I have no idea how to begin finding our exit portal. Well, Cassie said it was right under her nose, right? That's true. Maybe it's nearby. We just don't know. Hey, what do you know? There it is. A fabulous coincidence. So, I guess this is goodbye, huh? Yeah, just let us know if you ever accidentally find yourselves in our world. That's really nice of you, but I don't think we can really portal hop, without a portal key. Oh, well, I think Stampy's got you covered there. You stole the portal key from me? It was just meant to be a prank, a harmless prank, and I'm so sorry, so very, very sorry. Come on, it's Stampy. You know, he would never actually try to hurt anyone. Hey, it's cool. Guys, you can share it. You make, like, your own order of the stone. Yeah, all right. I guess I can live with that. Yes, that's a wonderful idea. Well, I'm not great at goodbye, so I'm actually just gonna start walking home. Thanks for everything. Yeah, me too. Travel safe, you guys. Bye! What a strange, strange bunch of individuals. Sagte der Typ mit einem Bart wie ein Maum. Cassie, was her name, was talking about being trapped here, from another world. What if she was one of the old builders? Portal keys, other worlds. It all adds up, I guess. I know. Oh, wow, I think you could be right. It totally makes sense. If it's true, I sort of thought old builders would be taller. I can't believe that we finally met someone who might be an old builder, and she's a pumpkin-wearing serial killer. Typical. Well, here we are. Would you care to do the honors, Jessie? Huh? That's weird. Cat total? Cat total? That's... ...I thought it was... Was ist passiert? Ich kann es nicht sehen. Na ja, das ist... ominös. Hörst du das? Endermite! Und da ist es, Jesse! Du bist verabschiedet! Ah! Just wie ich in diesem roten Welt bin! Oh, bitte! Ich bin viel schlimmer geworden, Cassie! Oh, ich liebe deinen Bravado! Ich weiß nicht, wie viel Zeit du mit Endermiten hast, aber die pooren Dinge sind eternally hungry. Ich würde den flinten Steele hier hervorheben, bevor ich dich hervorhebe, um herauszufinden, wie scharf ihre Teile sind. Ah, Leute, ich habe den flinten Steele, als wir fallen. Ich habe keine Ahnung, wo es ging. Tick-tock, tick-tock, Jesse! Was wird es sein? Der flinten Steele? Oder deine Leben? Du gibst mir den flinten Steele und ich lasse dich frei! Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich den flinten Steele lieb. Ich bin sicher, dass du viel schlimmer bist als ich. Du wirst wahrscheinlich acclimatieren und lernen zu lieben. Okay, du wirst, du wirst. Wir geben dir den flinten Steele. Aber lass uns erst raus. Nein, ich bin nicht für das. Nein, das dauert zu lange. Ich werde die Endermites essen dich und fisch es aus deinem Inventorien. Es wird die beste Zeit, wenn du sie in der Welt bekommst. Winslow, mein Peck, aktiviere die Klappe! Wenn du etwas getan hast, dann bereitst du dich für deinen Jett. Hehehehehe! Hehehehehe! Winslow! Komm schon, Mitlo! Ha! Habt ihr nicht irgendwas in der Tür? Äh, im Inventar, was die Tür brechen könnte? Stößt. Tür? Oh, das kann noch nicht benutzen! Without a Leber oder a Button, wir werden diese Tür nicht öffnen. Just hold on guys, I'm gonna get up to the control panel. Oh, that is... disorienting. Uh, just start to go faster. She boobytraps her boobytraps? That is so tyrannoyant. You thought you could do it just like that? Trying to get a leveraged? Give me my key, Jesse. Hey, Jesse! Guys, holy crap, you're all alive, thank goodness. Yeah, for now. Don't worry, I found a lever. Throw it down. Okay, get ready. Okay. Got it! Okay, you guys get to save me. I need to find that flint and steel. You're not a fast learner, are you? I'm getting tired of this game, Jesse. Look, you didn't have it either. For now, it's mine! Nope. No, we are going home. No! No! You can't do this! I'm going too long! Fine, pass me! I won't let you have it! No! No! You can't do this! I'm going too long! No! You can't do this! No! No, no, Winslow! Go get that! No, no, Winslow! Bad kitty! Stop it! Winslow! Ah, good boy! Sweet kitty! One rat master! Here kitty kitty! Here kitty kitty! Here kitty kitty! No! 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 There you are! After all this time I'm free! Winslow, we have to go! What have I told you about wandering off? I think you should give that back, Cassie! No, I'm afraid not! No! 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 I'll give you one thing! You're incredibly tenacious! You're having more experience, I believe! Or not! No, she's older, I believe! I believe! You're never back, Jesse! You stay on fire forever! Well, Winslow, that's the last of the obstacles! Wir gehen nach Hause! Komm schon, Winslow! Winslow, Winslow, komm schon! Ich liebe dich. Du weißt, ich liebe dich, aber du bist manchmal sehr verletzt. Hey, Cassie! Ah, was? Hast du nicht gesagt, Gehebe? Sieht ziemlich verrückt, sich jemanden in eine Todesdrappe zu lassen, ohne sogar Gehebe zu sagen. Ich weiß nicht, worüber du spielst, aber ich bin froh mit ihm. Was ist passiert? Ha! Ich habe es! Excellent! Ich habe es geschafft! Ihr seid jetzt alle sterben! Nein, danke! Ich habe es! Hallo, ich habe doch ge... Hallo? Achso! Ich wollte sagen, ich habe doch geklickt. Oh, das ist übel. Oh, das ist übel. Ich habe dich in Ordnung! Ich habe dich in Ordnung, in Ordnung! Ich habe dich in Ordnung, in Ordnung! Ich habe dich in Ordnung! Und da ist sie, wo wir uns zu Ende kommen! Trappet! In meine eigene Trappe! Natürlich! 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 Wie ist es, du bist noch immer. Das ist mehr als Torque Dogg, Captain Sparkos oder Lizzie sagen. Du bist richtig. Natürlich bist du richtig. Warte! Warte! Am besten nicht mich hier alleine! Gib mir mein Katt! Mein liebter, süßes Winslow! Er ist mein bester... mein einzig Freund! Bitte! Hier, Kitty! Hier, du Schmerz in den Mund, Kitty! Ha! Da bist du, Winslow! Wer liebt dich? Komm zum Master! Oh, da bist du! Da bist du! Da bist du! Du und ich sind immer wieder zusammen, so wie es immer zu sein war! Die ist fertig! Trappet zusammen! Forever! Nur ich und meine kleine Winslow! Wow! Also hat sie das echte Portal hier immer geblieben geblieben? Obwohl diese auch eine Trappe ist. Ich weiß nicht, ob sie sogar so paranoid wäre. Nur eine Art, um herauszufinden! Gute Seite so weit! Ja! Keine Tricksflöre, oder Aeroe, oder irgendwas! Okay, sicher! Aber wer geht erst? Wir sind ein Team, wir gehen alle zusammen! Bereit? 1... 2... 3... Ho! 2... 2... 1... 1... 2... 2... 3... 1... 4... 1... 1... 1... 1... 5 5 5 6 3 Will the others find their way back to the portal hallway and will it lead them home or instead are they destined for more perilous adventures? Well, I guess I'll never know because I got pounded into the ground by a ton of sand! I guess you saw that, right? I'm in the middle of an amazing speech and boom! I've suddenly become part of the floor! I mean, dude, you saw that, right? How much worse can it get? First they choose not to invite me on their adventure and the next thing I know, I'm part of the floor! Anyway, one thing is certain, even without me, this is going to be an amazing adventure! Let's see! 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 Hey! Let's see! fahre, bevor wir dann zu anderen Spielen weiterkommen und schauen wir mal, wie es danach weitergeht. Wenn ich dann FNAF durch habe, dann geht's auf jeden Fall, werde ich eine Umfrage machen, was ihr als nächstes sehen wollt, weil ich habe etliche Spiele auf der Liste. Unter anderem auch von euren Wünschen, da guckt man dann. Ne, aber auch wieder hammergeiles Kapitel von Anfang bis Ende mit Ideenrechtung und vor allem mit diesem, siehst du mal da, das sind so richtig kleinen Gimmicks, die machen das Spiel echt liebenswert. Also, von mir zehn Finger nach hoch, für dieses Bomben-Spiel bisher und es wird garantiert so geil weitergehen im nächsten Kapitel, da freue ich mich schon riesig drauf. Hoffe ich ihr auch und man sieht sich dann in der nächsten Minecraft-the-Story-Mode-Folge, wenn es dann rauskommt oder eben in dem nächsten anderen Projekt. Ansonsten hat es mir Spaß gemacht, das zu spielen und bis zum nächsten Mal mit eurer Oh, double K. Tü-Tü-Tü-Tü! Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü! Das war's. Gut und wir mal sehen, Wir sehen uns jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017